So Leute, da bin ich zurück mit der letzten und wohl schwierigsten Aufgabe, nämlich markiere Waffen unterschiedlicher Häufigkeitsgrade. Ich hatte das Video eben schon mal hochgeladen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich gar keinen Ton anhatte. Ihr seht gerade schon, ich habe die Aufgabe jetzt schon geschafft. Ich habe den Rest nochmal besiegt, war eigentlich ziemlich simpel, ihr seht, einen Kill hatte ich. Es ist nur ein Gegner hier gelandet. Und dann kurz und knapp, was müsst ihr bei dieser Aufgabe genau machen? Also, ich erkläre es euch. Wenn ihr hier die Schrotflinte habt, zum Beispiel, das ist die Graue. Gewöhnlich ist Grau, ne, ungewöhnlich ist Grau, ne gar nicht, gewöhnlich ist Grau, ungewöhnlich ist Grün. Dann haben wir die blauen Waffen, dann haben wir epische Waffen, dann haben wir legendäre Waffen und dann haben wir noch die exotischen Waffen. Wenn ihr eine exotische Waffe sucht, dann landet am besten hier bei Raven, hier oben auf der Klippe. Oder bei Stealthy Stronghold, da ist noch Lara Croft, die auch den Bogen verkauft. Und dann hier oben in der Hütte, bei der Abrissskihütte, da wird noch die Pistole verkauft. Dann hier im alten Holzlager, da ist die doppelläufige Pistole. Also die exotische Waffe wirklich nicht vergessen. Und das Problem ist natürlich, die mythische Waffe, also die hier, der Boom Boom Bogen von Grass, den bekommt ihr auch nur von Grass. Und nur so könnt ihr auch die Aufgabe abschließen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Ist keine leichte Aufgabe, aber ist zu schaffen. Probiert es wirklich im Solo-Modus oder im Duo-Team-Trio. Und wie gesagt, in Gruppenkeile funktioniert das Ganze leider nicht. Also aus dem Grund müsst ihr da halt einfach ein bisschen Glück haben, auch mit dem Loot. Und habt ihr nicht gesehen, ihr seht es, hier kommt schon der nächste angefahren. Er ist wohl auch dabei. Ich glaube, dem gönne ich den einfach, den Sieg mal. Warte mal, zack. Machen wir einfach mal, gucken, ob ich ihn sehe. So, mal so nett. Weil wie gesagt, ich wollte halt nur die Waffe haben, mehr wollte ich nicht. Zack, zack, zack. Wo ist er denn? Ist er oben gelandet? Machen wir mal einen auf Ehrenmann. Wo ist er denn? Na toll. Er ist der Angsthase. Ich hätte dir doch den Bogen gegeben. Na, er will nicht. Ja, er gönnt sich den Bogen halt jetzt so von mir. Also, er wird die Aufgabe wohl auch schaffen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.